Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Ja, wir sind nicht mehr da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das liegt daran, dass ich zwischendrin wieder zwei weitere Folgen aufgenommen hatte und dabei dann allerdings vergessen hatte, den Ton bei die X-Tory umzustellen. Bedeutet im Endeffekt, dass... Hier ein bisschen Laub fehlt. Bedeutet im Endeffekt, dass ich zwei Folgen aufgenommen hatte, die komplett keinen Ton hatten. Sprich, der Ton war komplett ausgeschaltet. Ja, das war ein bisschen doof. Oh, da muss ich wohl mal das Texture Pack patchen. Ja, dann habe ich in der Zwischenzeit, wie man jetzt vielleicht am Inventar erkennen kann, einige... Ja, einige bisschen weitergespielt, offscreen. Ähm, und ich habe in der Zeit Sand gefarmt, denn wir brauchen ja immer noch Sand für unser Haus, das sehr, sehr, sehr groß wird. Und... Ja, damit wir das auch irgendwann mal auf die Reihe kriegen, habe ich ein wenig weiter Sand gefarmt. Und das nicht gerade wenig. Ich habe da... Huchala. Die Framerate hat wieder Spaß heute. Das liegt wahrscheinlich am Texture Pack diesmal, denn... Ich habe vergessen, ein anderes Texture Pack zu installieren, ähm, oder beziehungsweise das gleiche, nur in einer etwas kleineren Auflösung. Daher, ja, macht das Ganze gerade ein bisschen Probleme. Wie dem auch sei, weiter zurück zum Haus. Jetzt erst mal. Hier wollte ich eigentlich noch überhaupt mal einen Zaun anbauen, an diesem Weg, damit das hier mal vernünftig beleuchtet wird und das für das Holz hier mal an der Seite wegkriegen. Da müssen wir dann auch mal Holzfäller spielen. Aber jetzt widmen wir uns erst mal diesem Problem hier. So, und zwar... Ich weiß gar nicht, ob das in den Folgen auch dran war, aber ich habe ein bisschen am Haus weitergebaut. Ähm... Es ist einiges geschehen in der Zeit. Also, in diesen zwei Folgen, die ich eigentlich aufgenommen hatte, die allerdings keinen Ton hatten. Beziehungsweise, so viel ist jetzt auch nicht passiert, aber es ist einiges passiert. Und zwar ist das Haus ordentlich vorangeschritten im Bau. Und das ist auch gut so. Damit wir das doch dann auch endlich mal fertig kriegen. Und hier unser Huchala, schon wieder die Framerate. Und das wir dann auch endlich mal hier einziehen können. Guck, da hinten habe ich schon fertig gebaut. Dann ziehen wir jetzt eben den Balken hier ein. Und gucken dann mal da drüben, dass wir dort die Wand fertig bekommen. Da muss ich dann mal eben gucken, wie das da hin soll. Ich höre ein Zombie, das gefällt mir nicht. Ich denke, das war so, oder? Huchala. Ich sollte das nicht immer mit Anlauf machen. Mensch, jetzt hör doch auf zu ruckeln in demniche Framerate. Äh... Jupp, das waren alles diese Vierer-Fenster. Genau. Dann... wieder nach oben. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Weg laufen. Das ist ein bisschen doof. Ein paar Äpfel futtern hier. Und überhaupt den Sand wieder weiter verkraften. Ich habe nämlich so viel Sand gefarmt, damit wir eben auch unsere Fenster fertig bekommen. Die müssen ja auch noch alle ausgefüllt werden. Das wird auch noch mal einiges an Zeit in Anspruch nehmen, dort oben ein bisschen Glaser zu spielen. Huch, so langsam ist das mit der Framerate echt nervig. Oh, Mann. Äh, was wollte ich denn jetzt hier? Hier wollte ich gar nichts. Ich wollte nach oben und... das Ganze dort fertig bauen. So, dort drüben habe ich nämlich auch schon das Glas eingefüllt. Ich weiß gar nicht mehr... Ich habe jetzt leider vergessen, die letzte Folge anzugucken. Das ist nämlich schon ein bisschen her, seit ich das hier alles gemacht habe. Und deswegen weiß ich nicht mehr so ganz genau... Oder bis ich die letzte hochgeladene Folge aufgenommen habe. Mensch, jetzt hör doch mal auf, Framerate. Ich werde gleich mal in der Aufnahmepause ein anderes Texture Pack... Äh... Das andere Texture Pack reinballern. Und... Dann... Auch mal... Äh... Die Priorität von Minecraft etwas höher legen. Damit wir uns hier... Damit wir hier vernünftig ruckelfrei spielen können. Das wäre doch ab und zu mal sehr nett. So, wir bauen jetzt hier einfach mal ein paar Fenster ein. So und so. Und dann machen wir das Ganze auch auf der anderen Seite. Jetzt hör doch auf, du blöde Framerate. Mensch. Und hier können wir eigentlich mal... Das ganze laut weg hauen. Habe ich eine Axt dabei? Nein, natürlich nicht. Dann eben mit der Hand. Mal sehen, ob hier nicht irgendwo doch noch Holz drin ist. Aber sieht nicht so aus. Sehr gut. Aua. Dann gibt mal her das Laub. Das sind zwei verschiedene Laubarten. Ja, das sind auch noch zwei verschiedene Laubarten. Und das sind auch alles Viererfenster hier. Alles klar. Dann hopp und hopp und hopp. Mir gefallen die neuen Türen mit dem Texture Pack. Die Türen wurden ja auch allgemein... Also das hier ist jetzt Minecraft 1.8.3. Ja, das hört sich immer an, als wäre ein Zug durch die Gegend fahren hier. Ich habe Angst, dass er mich gleich überrollt. So von der Seite kommt und dann... Flatsch und dann war es das. Oh oh. Ich glaube, ich muss ja aufpassen, dass ich hier irgendwo Gleise verlege, sonst passiert das wirklich noch. Auf jeden Fall. M. M, M, wo war ich stehen geblieben? Ja, ja. Bei Zügen, die mich überrollen und bei der Framerate, die hier wieder rumruckelt. Grr, Framerate. Lass den Scheiß. Ja. Oh Gott. Das war schlecht. Ich habe natürlich auch keine Spitzhäcke dabei. Dann werden wir jetzt einfach mal einen Sandstern vernichten, indem wir den da abbauen. Und dann eben rüber auf die andere Seite. Dort noch eben die restlichen Fensterzeilen einziehen. Und dann können wir den ganzen restlichen Sand einmal in den Ofen schmeißen. Und Glasscheiben craften. Also das ist jetzt echt langsam ein bisschen nervig. Wenn da hier bei jedem Block einmal die Framerate, den man setzt, einmal die Framerate weg bricht. Ah, jetzt scheint sie sich wieder halbwegs gefangen zu haben. So. Und da drüben. Ich komme da nicht ran. So ein Mist. Dann eben Eichenholz, Crafter. Klack. Und mit der bloßen Hand. Und nicht mit der Schaufel. Mit ein bisschen Laub. Wie wir alle wissen, Laub ist härter als Holz. Auf jeden Fall. Den Sandstein jetzt wieder nach unten. Und zack, zack. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Sandstein. 64 war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber, falls wir irgendwann nochmal irgendwo was nachbessern müssen. Oder noch mehr Sandstein brauchen. Haben wir dann schon mal welchen auf Vorrat. Das ist schon mal gar nicht so übel dann. Huchala. Könntest du jetzt eventuell mal aufhören zu ruckeln, du blöde Framerate? Ich mag dich nicht. Jetzt hör auf damit. Ich habe wahrscheinlich schon wieder irgendwas im Hintergrund angelassen aus Versehen. Was jetzt gerade die Framerate durcheinander bringt. So ein Mist. Naja, das werde ich dann gleich nach der Folge machen. Solange müsst ihr das jetzt eben nochmal aushalten. Das tut mir leid. So. Haben wir denn nur wo Kohle hier liegen liegen? Das ist ein Crafting-Table. Hier ist Kohle. Und haben wir hier noch was drin? Hier sind noch sechs Eisenwaren drin. Acht Kohle. Und dann werden wir daraus jetzt mal Sand craften. Hier ist noch jede Menge Erde drin. Und hier ist noch irgendetwas Birkenholz drin. Das nützt uns jetzt auch nicht so viel. Und natürlich haben wir wieder den Übergang verpasst. Es ist jetzt schon wieder Nacht. Und wir sind nicht im Haus. Okay, dann werden wir jetzt mal ein etwas schnelles Sprint Richtung Haus einlegen. Habe ich überhaupt die... Ja, ich habe sie auf normal geändert. Okay. Werden wir einen etwas schnelleren Sprint zum Haus hinlegen, um in der Nacht nicht unnötig zu verrecken. Oh Gott, ich sehe schon ein Skelett. Mami, Hilfe. Geh weg. Geh weg. Nicht zu mir. Ich habe keine Kekse. Ja. Au. Das hat weh. Da, da ist noch ein Skelett. Abtauchen. Uh. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie beim Matrix. Miep. Mal mal auftauchen hier. Äh, noch ein Skelett und ein Creeper. Das fängt ja wieder super toll an. Ah, ich sollte aufhören an Montagen aufzunehmen. Äh, äh. Hüpf. 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 Lass mich hier weg. Ah, Hilfe. Oh, hier ist jede Menge Zuckerrohr und fertige Kartoffeln. Sehr schön. Ah, hör auf damit. Framerate. Das nervt. Oh Gott. Lass mir die Leiter runterfallen. Oh, lass mich ins Bett, lass mich ins Bett, lass mich ins Bett, lass mich ins Bett, lass mich ins Bett. Tür zu, lass mich ins Bett. Dankeschön. So. Alles klar. Dann wollte ich hier noch nach Kohle gucken, aber hier wird keine drin sein. Hier ist natürlich keine drin. Denn da hinten sollte eigentlich Kohle drin sein. Hier ist genug Kohle drin. Oh, Steaks. 1, 2, 3, 4. 4. Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und 8. Und den Sand. Und hier auch nochmal. 8 Kohle rein. Und Sand. Und dann haben wir hier alles in Auftrag gegeben. Das heißt, wir sind an dieser Stelle bereit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.